Hey Anna, warte auf mich. Ich hasse es immer, die Letzte zu sein. Nein, tut mir leid. Ach, kein Problem. Kennst du das Gefühl nicht auch? Doch, klar. Das ist immer total doof. Hey, sag mal, kennst du dieses Lied, Go to be somebody? Ja, klar. Da geht es doch auch darum, dass man nicht immer die Letzte sein will, sondern jemand sein will. Genau. Und das Lied wird uns jetzt unsere Schulband vorstellen. Viel Spaß. Applaus Das Lied 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 Das war's für heute. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Danke. Danke.